Und was ich immer das Schönste finde an der Hitzex 100 ist, wenn ihr einfach da seid und das macht, was ihr am besten könnt, Gitarre enthandeln, singen und so ohne doppelten Boden und Sicherung einfach mal loslegen. Mit einem Song, würdet ihr das machen? Machen wir. Das machen nicht alle, das ist nicht selbstverständlich. Ja schon, ja. Okay. Ja, weil man könnte ja dann immer noch so ein bisschen falsch tönen oder mal so ein bisschen. Das denkt ihr ja gar nicht. Wir tönen falsch, aber wir stehen dazu. Sehr sympathisch. Was kriegen wir? Man on Mars. Auf welchem Platz ist der dieses Jahr? Man on Mars? Ja. Hörst du nicht, du musst erst nachschauen. Ich habe sie noch nicht auswendig. Die ganze Zeit 600, aber... Machen wir es auch ins Intro rein. Man on Mars. Auf welchem Platz? 206. Auf welchem Platz? 206. Das könnte ein bisschen höher sein. Man on Mars. Ja, ja. Das ist auch ein kleiner Song. Ja, ja. 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 Ja, ja, ja. Das war Noah und Simon von Pegasus Live mit ihrem Man on Mars.